Ein Unfall und Verkehrsüberlastung führen am Freitagmittag zu einem kilometerlangen Stau am Gotthard-Nordportal. Vor dem Gotthard-Nordportal hat sich auf der Autobahn A2 am Freitagmittag ein Stau von zunächst zehn Kilometern Länge gebildet. Vor dem Südportal betrug die Staulänge vier Kilometer. Verkehrsüberlastung und Unfall verursachen Stau. Der Touring-Club der Schweiz, TCS, gab als Grund für den Stau zwischen Erstfeld und Göschenen im Kanton Uri Verkehrsüberlastung an, wie er auf dem Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, schrieb. Mit zur Staubildung beigetragen hatte auch ein Verkehrsunfall, der am späteren Vormittag zu einer vorübergehenden Sperrung des Straßentunnels geführt hatte.